Ist ja wie bei uns in Oettingen. Kleines Dorf, Riesenbrauerei. Hey, warte mal, grüß dich. Ja, hallo. Erwin heiße ich. Elmar. Du sollst mir nur sagen, welches dir am besten spielt. Ja? Ja. Definitiv. Definitiv. Tja. Das ist ja wissend, oder? Okay. Nicht schlecht, oder? Immerhin zweite Stelle. Sehr gut. Schmeckt mir A am besten, würde ich ehrlich sagen. A schmeckt dir am besten? Ja, ich dreh A. Ihr habt mich doch verarscht hier. Null Heimvorteil. Oettinger stellt sich den Blindtest. Und wer Geschmack hat, macht mit. Bier ist Geschmackssache. Aber Atemschutz sollte jeder auf dem Kasten haben. Ja, hopp. Ja. Dann müssen wir in die nebenurity neighbors re seren. Ja. Ich würde Danke, wie es geschafft.